Ich bin Eva Rother, Fördervereinsvorsitzende des Vereins der Musikhochschule und ich bin das erste Mal hier in diesem Haus ganz begeistert zu sehen, mit welcher Feinfühligkeit dieser Bauhaus, Bau hier ganz in der Nähe des Geburtshauses von Wies van der Rohe wiederhergestellt wurde, einer neuen Verwendung zugeführt wurde. Es kann ja gefeiert werden, es kann gearbeitet werden und ich finde diese Mischung vieler Möglichkeiten in diesem architektonisch klaren Umfeld absolut eine Bereicherung für die Stadt Aachen. Also ich kann nur dafür werben, hier oft herzukommen und die Räume zu nutzen und zu genießen.